hallo liebe fußballfreunde willkommen auf werners fußballecke heute habe ich ein neues fußball transfer quiz für euch heute zeige ich euch fußballer mit ihren vereinsstationen und ein vereins fehlt immer und ihr müsst den verein erraten dann viel spaß bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, liebe Freunde, das war's für heute. Hat's euch Spaß gemacht. Wie viel hattet ihr richtig? Schreibt's in die Kommentare. Hier habt ihr zwei Playlist-Vorschläge von meinem Videokanal und ein Video. Könnt ihr euch mal gerne anschauen. Und nicht vergessen, Werner's Fußball-Ecke zu abonnieren. Danke. Tschüss.